Achja... Hallo, ich hab gesagt, hör auf zu sterben! Danke! Ich muss noch irgendwas da raufpacken. Iron haben wir noch rum. Tut mir leid, aber... Ich komm mir sonst zu nichts, ne? Tut mir leid, aber ich komm mir sonst einfach zu nichts. Wenn wir noch... Ah, dann kauf ich mir erst mal das mit 100 ab, ne? 100... will ich nicht haben... Achso... Ich komm mir mal das mit 100 ab, dann komm mir ja... Da komm mir ja ganz gut mit hin. Würde ich fast sagen. Äh... Wir wollen mal 1200 ab. Na gut. Komm schon! Zack! Ähm... 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 2015... 1.200 ab. Haben wir schon mal wieder 100. Das sind schon mal die 80, da ohne Ste-Tuts mal weg. Ne, ich mach das immer so einen hunderter Schritt, das ist ja nicht so, dass... War 100.200 für, das sieht nicht so ganz, das sieht dann für mich so viel aus. So... Aaaaaah. Mh. Die Menschen sterben schon wieder alle. Warum? Alter, wir haben wenig Farmer gerade. Alter Schwede. So. Boah, wie viele Leute schon wieder mal gestorben sind, ne? Wir hatten vorher 160, jetzt sind wir schon... Oh Gott. Wenn wir mal schon mal Werkzeug und so alles, für die man hier richtig ran schaffen, kriegt man dafür tote Leute. Ich hörte mal, warte zu verrecken. Ich find das nicht lustig oder so. Ich find's überhaupt nicht geil. Es ist Winter, dann werden wir nicht mal 1000 essen. Bei so vielen Feldern. Hallo? Hab den Schaden oder so? Das verreckt doch alle. Scheißegal jetzt gerade. Mann. Hm. Tut mir leid, aber... hab ich irgendwo kein Verständnis mehr für. Muss ich ja ganz ehrlich mal sagen. wird... t nahrt als zweihundert acht das wird egal ja maschig so macht es immer weiter damit wir da ein bisschen mit der größeren Ergüter der Sekunde 80 der 185 in die Erfüllten müssen arbeiten das ist eine ganz gute Idee reißen mit 200 jetzt macht auch gleich und so ein und sich leute Feltwings wir müssen auf die Farbe immer komplett haben sonst wird das nix Barmherr bisschen das ist ganz gut dann können die nicht die Plexus von Arbeiten ich bin muss ich ganz ehrlich mal sagen im Moment so wird zufrieden weil im Moment Essen und so alles behindert knapp und ich krieg einfach nichts so richtig auf die Reihe Nomaden als wenn ich euch jetzt annehmen würde hab ich ich Idiot ich Idiot Alter nein ich hab die angenommen wie so ein Spast na gut jetzt könnt ihr auch arbeiten ich hab sie angenommen ich wollte doch wegschicken und ich Idiot nehmen sie an jetzt stellen mich hunderttausend Leute weg das Sterben sie doch schon ich bin so ich bin so ich bin so ich bin ich bin ich bin es wird und wir können jetzt wenigstens arbeiten aber sie können leider kein Heim das tut mir leid das keinem machen so nicht wollen was mit ein bisschen tun mir leid aber was haben wir hier und den hier gar nichts bisschen was zu essen haben wir aber ganz ehrlich 3 bis 3 das ist 3 15 Prozent voll bei euch seid ihr blöd oder so mit ein Lager aus voll und kürchen sie sind nicht ganz so geil sind schon beide Kirchen weg das kann ich ja nicht machen dann machen wir nur eine Kirche hin so m wird doch mal verreggen ist ein paar Arschlöcher Spiel macht keinen Spaß mit wenn es jetzt bald vorbei weil mir das Spiel so kein Spaß macht weißt du macht das Spiel irgendwie so kein Spaß und äh äh ich stell's mal auf 2 ne weißt du mir macht das Spiel so hinterher dass ich noch ankomme mir macht das Spiel so irgendwie kein Spaß wenn man nichts auf die Reihe kriegt hast du irgendwie genau hier das hätte ich gerne bei dir guck mal hier dass sie bestellt aber das abnimmt und jetzt kommen die eine aber hier zack 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 ne kohle nicht chicken or corn eggs ne ex nicht fisch damit gehen die mit kalt ist auch Firewood ich viel zack zack und jetzt zack und jetzt Smith Inventory hat hat man noch viel Essen aber mit ein bisschen da tausen oder naja gut jetzt mit was weit sind wir da rein was machen wir da hin jetzt mit loks 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 2 1 2 2 2 aber dann 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 dann möchte ich ein Ergebnis sehen alle helfen mit ausnahmslos ich setze extra dafür nicht die Mieter auf 0 nein nicht die Mieter auf 0 setzen aber setzt überall nur einen einzigen rein tut mir leid aber der Rest ist jetzt hier noch erstmals Farmer mit eingeteilt aber das kann ich auch leider erstmal nicht tun weil da möchte ich jetzt echt dann kaufen wir da ein bisschen essen und da möchte ich dann Holz reinpumpen und jetzt ist hier die Aufgabe Trees zu harvesten ne ja bemerkt das ist eure Aufgabe für den Winter natürlich zuerst die Felder das ist ja klar wir haben gesagt mal 2000 Essen ja wir haben 2000 Essen und es ist fast Winter ich kann so wirklich gerade gar nichts zu diesem Spiel sagen weißt du das ist wirklich so ein bisschen ne 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 ich mach immer 16 weil die bringen wir essen und essen ist ja nur gut ne 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 im φ ich möchte mir was sehen da kommt zu irgendwie ja nicht mehr könnt ihr das nicht oder er hat es nicht alles ist heute sie wird 2000 essen und jetzt aber ich kann mit weiter oder was viel zu geil jetzt ich will die T-Frage aufsetzen weißt du aha so jetzt geht es das gucken wir uns an dann kommt dagegen jetzt mal ein bisschen Holz raus und wir können dann schon verbraten da für Essen ja das ist schon wieder Leidwinter was hat dir gehofft kommt gar nicht angefangen ich muss aber ein paar Farmer einsetzen weil sonst ist das ist ja blöd ne ah ist mir leider verrückt aber ich muss mir das erstmal nicht geben weil ich bin es so fahren wir ab auf die Felder jetzt dr da ist das ist die 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 das die 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 aber mit ihrem Mann aber auch da aber auch ist ein bisschen kalt Ernst mit den 2000 Lockstar und die gar nichts mehr zu handeln es ist jetzt Sommer werden sie sind sie haben den Sinten überstanden das ist ja schon mal gut mit was kann man handeln Stone gleich mal auf Stone mindestens 200 Stück Prozent ein dieser Peter Becker Sankt von so viel vor hätte ich jetzt verarbeitet sonst viel davon 2 auch schon so zack Prozent jetzt hier 500 jetzt stehen sein die Gestalt von zahlen wird Schiedenweizen 8 Kost 3 Warte mal, dann machen wir hier lieber irgendwie Cabbage oder sowas, weil dann passt die 2020. Ich dachte, das hier hat ja irgendwie dann mehr Sinn, ne? Damit fangen wir mal an so. Wir wollen hier noch 1060. 1060. Zack. So, hier rein. Nein, 45. Stone könnte auch langsam mal reinkommen, ne? Hier in das Tonnenlager. Hier, weil bringt die auch irgendwie mehr Zeug. 14 Leute mal über. Dann packen wir hier gleich mal 6 Leute rein. Dann noch ein paar in Stone-Cut. Klingst da. Und mit Holz hat dann noch nicht so ganz so gut geklappt, ne? Ja. Wenn man nur einen Lockster noch nicht so geht. Ah, jetzt, nee. Jetzt kommt ihr mal ein bisschen Stone mit zum Einsatz. Es hat 3.000. Und wir können hier immer noch schön einkaufen. Ne, das kommen wir auch hier. Da haben wir ja noch was Gute im Griff. Muss ich ja mal sagen. Ah, wir sind uns erstmal wieder in der nächsten Folge von Let's Play Banished. Bis dahin. Ciao.